Wie soll ich denn da rüber kommen, Bro? Mit der links-rechten? Moin Leute, wir starten direkt mit dem ersten Level und es nennt sich Paluten in Geldnot von Bone3000. Hallo Paluten und andere, dieses Level wollte ich schon einmal hochladen, da hat es nicht geklappt und alles war gelöscht. Ich probiere es nochmal zu bauen, viel Spaß. Warte mal, ist das jetzt das Level, was du schon mal gebaut hast? Schauen wir mal. Okay, uns wurde der komplette Einkauf geklaut und angeblich bin ich diese nette ältere Dame, die scheinbar sehr, sehr gerne Fast Food isst, denn ansonsten weiß ich nicht ganz genau, wie sie auf dieses Körpergewicht kommt. Aber nur gut. So, wir cruisen einfach mal längs. Das ist natürlich... Sehe ich so aus? Sind da gewisse Ähnlichkeiten zwischen der netten Lady und mir? Vielleicht. Man weiß es nicht, aber scheinbar ist der Levelerbauer dieser Meinung und ich muss ja schon sagen, das ist wirklich ein selten spektakuläres Level. Aber mal gucken, was... Leute, 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 Leute. So, Paluten Impossibru von Nickname... Was? Nickname... Not Available. Ah, jetzt habe ich es auch verstanden. Hi, Palle, das ist mein erstes Level. Ich hoffe, es gefällt dir. Pass auf deine Harpune auf. Äh, nee, pass auf die eine Harpune auf und dann good luck, have fun und tululul. Es ist möglich, wenn du es nicht glaubst. Schau in die Replays. Okay. Das schaffst du. Ja, im Grunde... Oh! Ich würde mal sagen, das war ein fettroyaler First Try. Paluten Herberg Jet Boy von Safirian Forsted. Ähm, hi, Paluten und Herberg, Mann. Hier ist mein zweites Level für euch. Ich hoffe, es gefällt euch. Allein an dem Jetpack Boy saß ich sehr lange, hab mir viel Mühe gegeben. Könntet ihr das Level bitte bewerten? Euer Augusto Ferraro. Okay. Dann legen wir doch mal los hier. Easy. Harder. Oh, 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 oh. Okay. Das war natürlich jetzt... Ist auf jeden Fall ganz nett hier. Ich mag die Level. Ich meine, wir müssen uns doch nur immer an der Schrift orientieren, oder? Oh. Nein! Okay. Dann, 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 dann. Dadadu. Dadadu. Yo! Alter, da muss man ja... Warte mal. Schaffe ich das nicht, indem ich... Ich glaube, wenn man da auf der einen Höhe ist, dann muss man einfach kein Gas mehr geben. Dann hat man es eigentlich... Okay, das stimmt nicht. Das war eine astreine Lüge. Okay, warte, jetzt ein bisschen höher. Nee, nee, so halten. Jawohl. Nein! Mann, ich möchte das... Ähm, das ist richtig schwer. Die Frage ist, ob wir das überhaupt hinbekommen. Okay, so. Jetzt, jetzt... Nein, nein, nein. Ja, ja. Okay. Verpackt. Okay. Full Concentration. Hey. Hey. Ja, oh Gott. Da war kein Full Concentration. Jetzt, jetzt, Full Concentration. Okay. Na, komm! Also, mir gefällt das Level wirklich gut. Jetzt. Jetzt. Nein, oh, da war... Oh, Abbruch. Okay. Das hat niemand gesehen. Das ist... Löschen wir alle aus unserem Gedächtnis. So, warte, warte. Okay. Ich würde sagen, wir haben es wirklich probiert. Aber ich würde da mehr als zwei Sterne vergeben. Also, weil das ist einfach mal was anderes als dieser Standard-Schnick-Schnack. So, ein paar Looten von Snixas. Juhu. Okay. Ich bin gespannt. Okay. Müssen wir die... Nee, er hat bestimmt am Ende einen Victory eingebaut. Sodass wir da nicht die ganzen Coins snacken müssen. Ich hoffe zumindest. Das wäre mir ein großes Anliegen. Langsamer. Okay. Warte. Hä? Da ist ein Victory. Also, das ist bestimmt ein Fake Victory, ne? Also, den... Rein theoretisch könnte man den mit der... Oh, okay. Oh, oh, da oben. Da oben geht es noch längs. Warte. Ich muss kurz nach vorne. Hier unten. Hier unten geht es doch noch weiter. What? Frickin' Double Watt. Was war das denn? Was passiert denn, wenn ich... Ey, das schaffe ich doch nach da oben. Höh! Komm, 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 komm! Juhu, 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 juhu! Ach, verdammt. Okay. Vielleicht doch nochmal. Ja, ja, ja! Komm nach vorne! Ah, okay, okay. Wir probieren so nochmal den Old School Way hier. Zack. Kleiner Double Backflip. Oh, das sah... Das sah richtig gekonnt aus. Wow! Wo kam denn die Mine auf einmal her? Das war natürlich... So, warte, jetzt den nochmal mitnehmen. Ist die Frage. Oder wir fahren einfach mal rückwärts. Okay, das sah doch wesentlich besser aus. Warte mal, sind wir hier wieder... Ne, wir sind nicht am Anfang. Nein! Ah, komm. Ey, den Victory würde ich mir jetzt aber nochmal holen. Oder vielleicht doch nochmal nach da oben? Ah, okay. Doch nicht nochmal nach da oben. So, elegant. Ja, und wieder der Double Backflip of the freaking Universe. Jo. Die Mine mal wieder. Oh, und wir bluten schon wieder so ein bisschen aus der Hüfte. Das macht mir schon wieder ein bisschen Angst. Aber kein Problem. So, jetzt lass mich mal kurz hier. Okay, nur das Bein verloren. Ne, ne, ne. Ich möchte nicht davor. Ich möchte nach hinten. Perfekt. So, jetzt aber. Nein! Und zu weit! Are you freaking kidding me? So, warte mal. Jetzt nochmal das Ganze in grün. So, lass mich da oben. Nein! Und wieder zurück. Okay, das Ding hier ist kaputt gegangen. Dafür rastet das Ding hier ein bisschen aus. So, nach hinten. Zack. So, jetzt nochmal kurz Stopp hier. So, und jetzt, jetzt fährt das Ding zurück. Und jetzt snacken wir uns den Victory. Und haben fast eine Minute dafür gebraucht. Paluten-Hirn-Krebs von Yolo Swagger. Jo, Palle, hier mein montägiges Level. Hab keinen Plan, was ich davon halten soll. Naja, viel Spaß damit. Und, hu-lu-lu. Liebe Grüße Yolo Swagger. Okay. Kann ich? Achso, da brauch ich, glaub ich, den Pogo-Typen. Wat? Hä? Wie soll ich denn da rüberkommen, Bro? Mit der links-rechts-Tack? What the? Ach, da ist sogar auch noch eine Mine. Oh. Nein! Und dann, ey, wir hätten das geschafft, wenn wir da rüberkommen. Ja, 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 stopp. Nein. Okay. So, und jetzt nach vorne. Wie schreit denn da immer so? Okay, warte nochmal. Wir sind irgendwie die Mine. Und dann nach vorne. Alter, was ist das für eine kranke Scheiße? Und dann tötet uns Japoon, dann du ich. Komm, jetzt. Junge, mach doch. Warte mal, wenn ich... Vielleicht... Nee, ich krieg das aber ohne... Nee, nur mit links-rechts-Taktik geht das echt schwer. Jetzt aber... Wir kriegen das noch hin. Ich sag es euch. Komm, 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 komm. Jetzt drehen... Okay, drehen bringt auch mal gar nichts. Oder ich springe ab. Genau, das muss es sein. Okay, das... Ah, verdammt. Aber jetzt... Okay. Jetzt vielleicht. Jetzt spring doch ab. Du bist doch... Du bist doch schon eigentlich drüben. Das wird so nix. So, komm. Hey, warte mal. Ich werd erst mal den Sohn los. Und jetzt. Nee, das wird auch wieder nichts. Jetzt, jetzt! Spring ab! Nein! Und er hatte keine Arme mehr, um sich da festzuhalten. Ey, ich möchte echt dieses fricken Level schaffen. Jetzt! Oder doch mit Links-Rechts-Taktik. Aber das wär die... Oh! Nein! Ey, man kann's doch... Äh, einfach nur mit Links-Rechts-Taktik schaffen. Jawoll! Da ist er endlich. In 3,9 Sekunden. Endlich ist dieses fricken Schreien weg, ey. Paluten Hardfall von The Ventorks. Hey, Palle, hier ein schwerer Fall oder so. Nein, ich saß sehr lange an diesem Level. Und bitte nur Checkpoints benutzen, wenn du sie freigeschaltet hast. Das Fahrrad darf auf keinen Fall mitfallen. Deswegen sind da auch die Hilfen zum Absteigen. Okay, Ventorks. Also, wir müssen erst mal so und loswerden. Tip-topp. Checkpoints. Oh, oh, okay. Warte, warte. Ja, okay. Das Fahrrad darf auf keinen Fall mitfallen. Das war schon mal ein kleiner Fail. Sieht aber weltklasse aus, das Level. Ich halt mich einfach an meinem Fahrrad fest. Okay. Checkpoint. Ah, okay. Zack. Okay, das Fahrrad fällt doch leider ein bisschen mit. Aber da können wir jetzt einfach nichts gegen machen. Nichtsdestotrotz. Gefällt mir das... Gefällt mir das Level gestalterisch wirklich sehr, sehr gut. So, warte mal. Den Checkpoint dürfen wir aber benutzen. Das haben wir ja mittlerweile... Den haben wir ja doch erreicht. Das habe ich doch gelesen, ey. Ventorks, der hat schon mal ein richtig gutes Level gebaut. Warte mal. Ich jump jetzt einfach mal. Ne, das hatten wir aber auch schon mal geschafft. Das Fahrrad ist schon wieder am Stüssel. Und snackt uns auch manchmal so ein bisschen. Na, okay. Das können wir schon mega knicken. Wir können auch mehr als ein Checkpoint benutzen. Weil wir waren... Bis zu den Harpunen sind wir gekommen. So, jetzt haben wir das schon mal losgelassen. Zack. Aber mal schauen. Rackersnackt. So, jetzt ein bisschen nach hinten fahren. Hier mal ein bisschen runter. Tipptopp. Und jetzt... Nein! Und ich habe es schon wieder. Ich bin so ein inkompetentes Stück. Ah, ah. Okay. Einfach runter. Nein, bitte! Und er ist tot. Hm, die... Ich weiß nicht, was ich von den Harpunen halten soll. Also, weil... Die machen das im Grunde genommen nur schwer. Hm. Ich drücke doch nach oben. Okay. Danke. So. The Event Talks. Again. Ich würde mir auch mal spontan sagen, das ist jetzt mal der... Der Last Try hier. So. Dankeschön. Checkpoint 2. Hopp. Und... Hottelocken! Okay, ich glaube diesmal... Nein, das Fahrrad ist einfach... Das Fahrrad ist richtig... Riecht dreist. Warte. Löse dich davon! Liebt der? Nee, er ist tot. Wie bist du denn gestorben? Na komm, ein... Ein Try machen wir jetzt aber noch. So, einer. Perfekt. Oh Gott. Das muss es jetzt werden. Da muss der... Na, na, ne. Ich... Ich würde ganz gerne wieder runter. Komm, 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 komm. Dankeschön. Nee, nee. Checkpoint 1 ist aber mal sowas von... Nicht mehr unser Bier hier. So. Checkpoint 2. Diesmal P-Dizzle. Und absteigen. Perfekt. So, das erste Mal ohne Fahrrad. Das Problem... Wir sind schon wieder tot. Ach, komm. Na komm. Junge. Moment. Ah, perfekt. So, das ist jetzt aber der... Last Try... Of the freaking... Schildkröten. Palutenlabert nur Kacke. Ich beende lieber diesen Satz, bevor es noch behinderter wird. Punkt. So, komm schon. Ey, man ist nach so einer 15-Minuten-Folge... Oder 10-15-Minuten-Folge echt platt. So viel... So viel Nerv, weil... Es ist halt einfach... Man versucht, dieses Level zu schaffen... Und dann kommt irgend so ein blöder... Blöder Harpune. Komm. Oh. Und umso mehr freut man sich, wenn man doch dann... Tatsächlich... Den Victory Snackt und... Leute, ey, ich bin echt... Ich bin... Ich bin K.O. Ich... Okay, wir... Oh Gott, hoffentlich wird das... Das ist nix... Oh, das ist aber gut. Das ist gut bewertet worden. Paluten Hardcore Easy von Frank G.X. Nee, Palo und andere. Das ist mein erstes Level und ich habe selbst noch nicht so viel Erfahrung in Happy Wheels. Viel Spaß und... Okay. Minen Jump. Harpune. Nochmal so ein bisschen was. Ne, das hätten wir schon einsammeln können. Dann hätten wir schon den Victory bekommen. Oh! Stattdessen werden wir nochmal weggesnackt. Jawohl. So, jetzt nochmal über die Minen. Warte mal, stopp jetzt hier. Warte mal, jetzt kommt er gleich wieder. Und jetzt, 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 jetzt! Sprung! Jawohl! So, Leute, das war jetzt aber der finale Victory für heute. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst eine kleine Bewertung da. Ansonsten wünsche ich euch allen, wie immer, noch einen angenehmen Tag. Haut rein! Bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao!